So und jetzt wollen wir natürlich auch unsere Arme hier unten stärken und ein bisschen Brustmuskulatur stärken. Deswegen machen wir Liegestütze und Liegestütze in so eine leichtere Version auch mit so einem kleinen Couch mit so einem Sofa. Das sieht ungefähr so aus. Also du stellst dich entweder voll so da. Bauch fest anspannen und hier Arme und Schulter auf eine Linie und dann gehst du schön runter und hoch. Bauch fest, vergiss nicht zu atmen, ein und aus. Und das Ganze auch gerne 15 Wiederholungen und wenn du fertig bist, kannst du wieder ins Stehen kommen. Das gleiche kannst du gerne auch auf den Knien machen. Es wird noch ein bisschen leichter. Da gehst du aber auch Ellenbogen, also deine Ellenbogen, Schulter und Handgelenke auf eine Linie. Das heißt Bauch fest und gehst hier runter, hoch und wieder nach unten. Viel Spaß damit!